Und was haben Sie jetzt vor? Keine Ahnung, Mann, was weiß ich denn? Hunger hab ich, verdammte Scheiße! Wie wär's mit Kaninchen? Hä? Kaninchen in Rotwein-Sauce. Beziehungsweise Bier-Sauce. Rotwein haben wir ja keinen. Vorne ist bestimmt ein bisschen Rosmarin und Bärlauch und dann mach ich ein kleines... Baaah! Schmeckt nach Arsch! Ich hoffe, deine Alte kann mehr am Hernd. Also eigentlich koche ich. In einem Blasen musst du dir auch noch selber, oder was?